Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich dir erzählen, was ich auf meiner Skandinavienreise benutzt habe, also welches Equipment, welche Objektive, aber auch was zusätzlich noch nützlich ist, wenn du dort unterwegs bist, denn ich finde, es gibt ein eher überschaubares Angebot an Informationen, gerade für Fotografen und Filmer und deshalb gibt es heute dieses Video von mir. Ich fasse alles zusammen, was ich als gut befunden habe und was du vielleicht zu Hause lassen könntest an Equipment, weil du es sehr wahrscheinlich nicht gebrauchen wirst. Fangen wir an mit dem Thema Kleidung. Natürlich fährst du in den Norden, dort ist es kühler, dort ist es nicht so warm wie hier in Deutschland. Demzufolge solltest du auch im Sommer dir Jacken einpacken und vor allen Dingen Jacken und Oberteile, die winddicht sind. Also auch Hosen, die meinetwegen winddicht sind, aber vor allen Dingen, ich bin jemand, der eher im Oberkörperbereich mehr friert oder schneller friert. Dementsprechend winddichte Jacken und vielleicht eher im Zwiebelprinzip Kleidung einpacken wäre auf jeden Fall von Vorteil. Auch ein paar Handschuhe, die im besten Fall auch windgeschützt ein bisschen sind, die den Wind ein bisschen abhalten und vielleicht noch es ermöglichen, dass du dein Telefon oder Geräte bedienen kannst, die Kamera gut bedienen kannst. Das wäre auch von Vorteil, denn auf den Lofoten ist es teilweise sehr windig. Also egal, ob du in den Buchten stehst oder oben auf dem Berg, es zieht dort recht stark. Du hast sehr kalten Wind teilweise, auch im Sommer. Du darfst nicht vergessen, die Wassertemperaturen und auch die Windtemperaturen sind dort auch im Sommer sehr, sehr kühl. Dementsprechend darfst du nicht davon ausgehen, dass es dort eher sehr heiß ist. Also gut einpacken und daran denken, dass du schnell frieren kannst. Natürlich geht es aber auch darum, was du an Foto- und Video-Equipment mitnimmst, denn das entscheidet am Ende darüber, ob du gute Bilder mitnimmst und gute Videos oder eben nichts. Natürlich könntest du dein Telefon hernehmen und sagen, ich mache das Ganze mit meinem iPhone oder welches andere Telefon auch immer. Das kann gute Fotos aufnehmen, das kann gute Videos aufnehmen und das wird auch in der Regel gut passen. Aber wenn du ernsthaft unterwegs bist und vor allen Dingen technisch gute Bilder mitnehmen möchtest, dann lohnt es sich natürlich, eine extra Kamera einzupacken. In meinem Fall hatte ich zwei Vollformat-Kameras dabei. Kommen wir gleich mal auf das Thema Equipment und Kamera zu sprechen. Ich hatte die Canon EOS R5 dabei, nicht mit dem 50mm, was hier drauf ist. Also hier Body Nummer 1 und die Sony A7 R5, die filmt mich gerade eben, die hatte ich auch dabei. Beides unterschiedliche Systeme, aber auch mit unterschiedlichen Objektiven. Kommen wir gleich noch darauf. Grundsätzlich ist es wichtig, dass du vor allen Dingen darauf schaust, dass du genügend Akkus dabei hast. Also ich hatte für beide Kameras drei Akkus dabei. Ich hatte für die Canon noch einen Dritthersteller-Akku, just in case dabei. Aber drei Original-Akkus reichen in der Regel aus, um durch den Tag entspannt zu kommen, gerade wenn du fotografierst und filmst. Ich hatte den Eindruck, dass die Canon hier ein bisschen besser durchgehalten hat als die Sony. Aber das ist jetzt nach meinem Empfinden, nach meinem Nutzungsverhalten, das muss jetzt nicht wirklich richtig sein. Aber in der Regel empfehle ich dir drei Akkus, vielleicht sogar vier, das wäre auch noch besser, einfach dabei zu haben, sodass du, wenn du mit dem Camper unterwegs bist und nicht immer laden kannst, trotzdem am nächsten Tag noch fotografieren und filmen kannst. Natürlich auch genügend Speicherkarten solltest du dabei haben. Ich muss gerade eben schauen, wo sie sind. Hier sind sie, genau. Ich hatte die Sanddisk-Speicherkarten dabei. Damit bin ich jetzt schon einige Jahre unterwegs. Ich hoffe, das fokussiert jetzt gerade mal ein bisschen. Jetzt, ja. Also damit bin ich schon seit vielen Jahren glücklich und happy. Zumindest für Fotografie reichen die durchaus aus. Sind schnell genug für Serienaufnahmen, wenn du die mal machen möchtest oder musst. Die Übertragungsgeschwindigkeit ist auch recht gut und 128 GB ist in der Regel so eine Größe, wo du durch den Tag kommst und am Abend das Ganze auf Festplatte sichern kannst. Also das sollte in der Regel reichen. Also genügend Akkus mitnehmen, genügend Speicherkarten einpacken. So würde ich auch denken, pro Kamera drei Speicherkarten, zwei bis drei würde ich auf jeden Fall einpacken. Vielleicht eine Backup-Karte generell in der Kamera lassen, worauf du JPEGs oder eben RAW speicherst, je nachdem wie groß die Karte ist, sodass du im Zweifelsfall immer nochmal ein Backup von allen Bildern oder allen Videos hast. Objektivtechnisch, und das ist eigentlich eher die spannende Frage, da geht es los, ist es doch eine rechte Herausforderung, wenn du nicht weißt, was du dort brauchst oder was dich erwartet. Und ich wusste, okay, einen Weitwinkel werde ich brauchen, das Tele werde ich auch einpacken, okay, also da haben wir schon mal die beiden Objektive dabei. Aber was nehme ich noch mit? Nur zwei Objektive? Oder vielleicht doch eher das 24-105 für ein System und damit mache ich dann fast alles. Ja, okay, da dachte ich auch in die Richtung, das würde vielleicht reichen, also nehmen wir mal die drei Objektive. Und was mache ich bei Wildlife, wenn ich doch einen Elch sehe oder Rentiere oder die Puffins im Norden der Lofoten, da brauche ich ja auch ein großes Tele. Okay, also werde ich wahrscheinlich das auch noch einpacken. Und dann dachte ich mir so, okay, wenn du mal entspannt irgendwo abends sitzt und entspannte Shots machen kannst, ohne Stress, ohne Hass. Vielleicht so ein 35-Millimeter Objektiv oder 50 Millimeter. Also ihr seht, man kann sich da völlig verzetteln. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, das, kommen wir gleich darauf, dass das Weitwinkel, was ich dabei hatte, das ist das 1224 von Sony, damit wirklich die meisten Shots gemacht hat. Und gleich nach dem 24-105, egal für welches System, hier habe ich das für das Sony, das 24-105 war unglaublich vielseitig. Also ich habe so viele Fotos auch damit gemacht. Klar, du kannst nicht in den Ultra-Weitwinkel-Bereich hineingehen, aber du kannst soweit Weitwinkel fotografieren, dass du im Zweifelsfall auch mal ein Panorama machen kannst, woraus du dann ein weiteres Weitwinkel zusammenschneiden kannst, das geht mal, oder auch im Tele-Bereich. 105 Millimeter reicht für das meiste aus. Du darfst nicht vergessen, wenn du 105 Millimeter reinzoomst und es reicht nicht, dann werden auch 150 wahrscheinlich nicht reichen. Demzufolge wirst du sowieso dann eher ein 70-200 einsetzen, denn das hatte ich auch dabei. 70-200 quasi als drittes Objektiv, als drittes Allround-Objektiv, wenn man so möchte. Und das hatte ich an der Canon dran, das 70-200 noch mit dem Zweifach-Converter, sodass ich im Zweifelsfall auch mal gerade im Wildlife-Bereich oder wenn ich etwas näher heranholen möchte, noch flexibler bin. So hatte ich dann quasi mit dem Zweifach-Converter statt 70-200 140 bis 400 Millimeter bei Blende 5.6, das ist wirklich gut, ein Vollformat. Fand ich durchaus auch sehr flexibel einsetzbar an der EOS R und es hat wunderbar funktioniert. Sie hat gut fokussiert, die Fotos waren scharf, ich konnte damit auch filmen, wenn ich möchte. Also da war es schon sehr vielseitig aufgestellt. Jetzt dachte ich aber, okay, so ein 50 Millimeter wäre vielleicht auch ganz nett oder so ein 35 Millimeter. Aber auf der Reise, ich habe es gerade eben erwähnt, habe ich die meisten Fotos mit dem Weitwinkel bzw. mit dem 24-105 gemacht. Und das würde ich dir auch empfehlen. Vielleicht zwei Kameras und drei Objektive oder zwei Objektive wenigstens mitnehmen, denn du darfst nicht vergessen, du wirst ja nicht nur in den Fjorden unterwegs sein oder in den Wäldern, sondern du wirst auch am Strand unterwegs sein. Und am Strand, der dort den sehr feinen Sand hat, der ja ein bisschen nach Karibik aussieht, da wirst du in der Regel nicht die Objektive wechseln wollen. Ich denke nur an die Staubverschmutzung, was den Sensor betrifft oder die Objektive. Das geht wahnsinnig schnell, also da würde ich echt aufpassen. Lieber zwei Kameras mitnehmen, an die eine Kamera das Weitwinkel, an die andere Kamera das Tele oder das 24-105. Denn gerade an den Stränden hatte ich nicht das Gefühl, dass ich ein Teleobjektiv brauche, sondern eher etwas Weitwinkliges bis mittlere Brennweite, bis 35-50 Millimeter meinetwegen. Aber eher so auf 24-35 Millimeter, mehr habe ich nicht gebraucht am Strand. Also das reicht in der Regel aus. Aber natürlich wirst du auch vielleicht Wildlife fotografieren wollen, denn gerade das Sand der Elche und der Rentiere, da wirst du nicht ohnehin kommen. Du wirst in der Regel auch diese Tiere sehen können, denn sie sind doch zutraulicher als gedacht und laufen entlang der Straßen, gerade im Sonnenuntergang oder zur Dämmerung generell. Und da wirst du vielleicht eher auch ein 600 Millimeter Objektiv mal mitnehmen wollen. Es gibt natürlich die 100-400 Millimeter Lösungen. Die sind auch nicht verkehrt, aber gerade was Wildlife, wo ja nun jeder Millimeter zählt, wichtig ist, da gilt es natürlich dann vielleicht eher auf 600 Millimeter zu schauen. Das kann man auch ausleihen von Sony. Da gibt es auch aus dem Hause Canon oder Nikon, gibt es verschiedene Anbieter, wo man dann noch dementsprechend etwas auswählen kann zum Mieten. Denn das würde ich auch empfehlen. Das heißt, wenn du dir unsicher bist, leihe dir zur Not eher eine Kamera aus, bevor du ganz viel Geld ausgibst und kaufst dir das Ganze und nutzt es danach nie wieder. Oder nicht wirklich in dem Umfang, wie man es machen müsste. Da ist im Zweifel einfach was auswählen, was du mieten kannst und es reicht auch aus. Ein Freund von mir, Matthias, der mitgefahren ist, viele Grüße gehen raus. Er hat sich für diesen Trip die Sony A7 IV geliehen und das 24-105. Und so waren wir ein bisschen flexibel, da ich ja auch die Sony dabei hatte, man hätte auch noch Objektive wechseln können zur Not. Aber mit dem 24-105 und der Sony A7 IV war er so gut aufgestellt, dass er Landschaftsfotos, auch ein bisschen People-Fotografie bis hin zu Wildlife auf dem Schiff, wo wir waren, dann die Puffins auch fotografieren konnte. Das ging richtig gut, denn die Sony A7 IV, dürfen wir nicht vergessen, hat auch einen sehr, sehr guten Autofokus. Ich habe dazu auch ein Video gemacht und das war perfekt auch für diese Situation. Demzufolge wirst du nicht immer zwingend eine noch teurere Kamera gebrauchen müssen, aber die Sony A7 IV, wenn du losfährst, das wäre so ein bisschen meine Empfehlung. Aber das muss natürlich jeder für sich entscheiden und am Ende entscheidet vielleicht auch der Geldbeutel, was da möglich ist und was nicht möglich ist. Also, ich fasse nochmal zusammen, zwei Kamerabodys, zwei Kamerabodys, nicht Objektive, zwei Kamerabodys würde ich in jedem Fall einpacken, würde ich im Zweifel immer empfehlen, weil du flexibler bist, was die Brennweiten betrifft. Zum einen das Weitwinkel und auf die andere Kamera dein Teleobjektiv N70-200 und da bist du schon recht gut aufgestellt. Oder du schaust eben auf das 24-105, damit kannst du, denke ich, das meiste auch dort machen, bist nicht ganz so weitwinkelig aufgestellt und dir fehlt auch im Tele etwas, aber für die meisten Shots wird das 24-105 wirklich reichen, weil du mit Blende 4 in Vollformat auch durchaus mal freistellen kannst und bist schon noch lichtstark unterwegs im Lowlight-Bereich, demzufolge. Das ist so ein bisschen meine Empfehlung Nummer 1. Aber es gibt natürlich noch ein bisschen mehr und zwar auch zum Thema Filmen, gerade wenn es darum geht, spezielle Effekte zu erzeugen oder besondere Perspektiven einzufangen und da hatte ich die Insta360 dabei. Das war auch richtig cool, gerade für die Aufnahmen so auf dem Boot, wenn wir unterwegs sind oder beim Paddeln oder wenn wir über die Öresundbrücke fahren, da kann man schon sehr spezielle Effekte erzeugen. Ist nicht jedermanns Geschmack natürlich und es muss auch ein bisschen reinpassen in den Content, aber gerade für Social Media kann ich auf jeden Fall empfehlen, ist noch die günstigere Variante als die 1 Zoll Variante, die ganz große, noch bezahlbar und hat sich wirklich bewährt und der Akku hält auch aus, je nachdem wie lange du das Ganze benutzt. Also die Insta360 war auch mit dabei. Und natürlich für alle Drohnenfans, da hatte ich die Mavic 3 dabei und die Mavic 2 hätte es auch getan mit Sicherheit, aber die Möglichkeiten mit dem Sensor, mit der Auflösung, die sind schon gut. Und auch hier würde ich dir empfehlen, für die Drohne, auch wenn die Akkus teuer sind, 2 oder 3 mitzunehmen, weil du wirst sie brauchen. Ja, jetzt könntest du sagen, die Mavic hat dann die Möglichkeit, dass du über 40 Minuten fliegen kannst, aber wenn du einmal in der Luft bist, du wirst sicher wissen, was ich meine, dann sind 40 Minuten auch nichts irgendwann. Dann willst du noch was aufnehmen, willst noch eine Timelapse aufdrehen und noch dieses andere Foto machen und dann wirst du schon den zweiten Akku benötigen. Und wenn du dann nach dem Sonnenuntergang, den Sonnenaufgang noch filmen möchtest mit der Drohne und kannst zwischendrin nichts laden, dann wird es eng. Also hier würde ich dir empfehlen, aus meiner Erfahrung heraus eher 3 Akkus mitzunehmen, sodass du im Zweifelsfall Sonnenauf- und Untergänge noch ein bisschen filmen kannst und da keine Probleme bekommst mit dem Akkumanagement. Bei so viel Technik fragst du dich natürlich, wo ich das Ganze verstaut habe und ich hatte das Ganze hier in diesem Lowe Pro Rucksack drin, dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Es hat natürlich nicht alles reingepasst, ich brauchte noch einen zweiten Rucksack, weil es einfach so viel war, aber für die Tagestouren, also Drohne, eine Kamera oder die zweite Kamera mit dazu und eben nicht das ganz große Tele dabei, das ging auch noch rein in den Rucksack, dann war er aber auch schon sehr voll und sehr schwer. Dementsprechend musst du einfach mal schauen, ob das Ganze für dich taugt. Einen großen Rucksack würde ich auf jeden Fall empfehlen und vielleicht sogar zwei Rucksäcke, um die Technik ein bisschen zu verteilen, wenn du so viel mitnimmst. Wenn du nur mit einer Kamera losziehst und einer Drohne, wird in der Regel ein Rucksack auch reichen, dann hast du Platz für noch eine Trinkflasche, für ein bisschen was an Proviant zu essen und eine Wechseljacke. Dementsprechend, wenn es dann auch kalt wird, also das solltest du nicht unterschätzen, an das Packmaß zu denken, wenn du so viel mitnimmst, wird auch sehr schnell viel zusammenkommen und du wirst dann auch ein oder zwei oder drei Taschen benötigen. Zusammenfassend kann ich also sagen, dass die drei großen Brennweitenbereiche 1424, 2470 und 70200 bzw. gepaart mit dem 24105 dazwischen für alles in Norwegen und den Lofoten ausreichen. Du brauchst in der Regel nur speziellere Objektive, gerade das 600mm oder noch mehr Weitwinkel, wenn du spezielle Anwendungen auch hast. Also im Wildlife-Bereich brauchst du natürlich 400, 600mm und lichtstark. Ja, okay. Und wenn du extrem Weitwinkel brauchst, dann wirst du entweder die 360-Grad-Kamera einsetzen für Fotos und Videos oder eben ein noch stärkeres Weitwinkel, was 12 oder 11mm bietet. Aber in der Regel kann ich sagen, dass die drei großen Objektive von Weitwinkel, Mittlere und Tele-Brennweite für alles ausreichen. Also wenn du gut beraten sein möchtest, packst du diese drei Objektive ein für deine eine Kamera und hast alles dabei, was du brauchst. Du musst eben nur schauen, ob du zum Umstecken am Strand eher in das Auto zurückgehst oder ob du es vorher so machst und dann einfach zufrieden mit der Brennweite und den Bildern bist, die du dort aufnimmst. Ich hoffe, das Ganze hat dir ein bisschen geholfen. Ich hoffe, mein Video konnte ein bisschen zusammenfassen für alle, die noch die Fragezeichen im Kopf haben vor der Reise. Was packe ich ein? Was braucht es nicht? Ich hoffe, dass ich das Ganze ein bisschen auflösen konnte. Und mich würde interessieren, was du in Norwegen eingesetzt hast bei deiner Fotografie bzw. ob du vorhast, nach Norwegen, Schweden, Dänemark, Lofoten zu fahren. Schreib das auch gerne hier in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen. Lasst uns da ein bisschen austauschen und voneinander profitieren, wenn jemand hier auch andere Erfahrungen gemacht hat. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß bei deiner Fotografie und bis zum nächsten Video. Tschüss!